Zwei Psychopathen sind doch zuviel Warte, dritte kam dazu Hey, level up Boah, ist das heftig hier Alter Ich finde das Spiel wird gerade richtig geil Also noch geiler als vorher war Das wird gerade anstrengend Aber ist doch gut Ja Ein bisschen Weil wir halt jetzt im Augenblick nicht mehr so überlevelt sind glaube ich Ja, aber ist egal Also ich stehe auf sowas viel viel mehr als das durchgerusht So, komm, erschießen! Schieß einfach nur in die Menge, ich treff gar nichts Kannst du beierst kann auch nur, einfach nur drauf halten Hm, ich hab ne Waffenkiste gefunden Ah, UVO Mit zwei Snipern Nicht so interessant Okay Ist das bisschen drin gewesen? Dann wollen wir mal in die Mitte gehen, oder? Ist was interessants drin gewesen, oder? Nö Zwei Sniper, ich seh nicht die nächste Waffenkiste Da unten Ist auch ein Speicherpunkt Ist auch ein Speicherpunkt Ich denke es ist nichts interessantes da drin 375 Schaden Gut, die Feuerrate ist voll für den Arsch Also ich fand die nicht interessant Aber der Schaden ist, der Schaden ist für mich halt richtig pervers mal Hier sind Schilde, Granaten Updates Das eine hier nehme ich mir mal Und hier Und hier Und hier Oh, hier kann man was benutzen, ich glaub dann wären wir hochgefahren Kommt ihr rein? Moment, lass das mal schnell nach hier So, Granaten, okay Mal so was interessiert, wieviel Schild habt ihr gerade unten in der blauen Leiste angezeigt? 366 432 47 47 Was? 47? Das Unterschiede Die hat sich meine Skills verbessert Ah Ja Ich hab übrigens 535 Auch wegen Skills Warlas dann habe ich ein Schild für dich Ja Es ist gerade schlecht so Mit Leuchtreklame Na Trouble Haha Geht doch That's personal Ja, das wird ja spaßig Dann atme rein Und hier Ich hab einen Medikits gefunden Ich hab einen Medikits gefunden Ja, jetzt geht mir schon besser So wie Ich war gegen die für sie mal Medikits Ja Moment Okay, von Links Achtung, Scheiße. Hans und Franz. Ich nehme Franz. Ich nehme Hans. Ah, der hält aber viel aus. Franz hält auch ne ganze Menge aus. Ist er drückter als Hans. Feuer, macht Sinn nieder. So, ich seh nix mehr. Meiner ist tot. Meiner auch. Ich glaub da werden noch mehr kommen. Flint schmeißt mit irgendwas da oben. Ja, Flint brennt. Hier sind Granaten, äh Quatsch Raketen drin. Von rechts, von rechts. Hier in der Maschmaschine. Ich brauche Heilung. Kratz dich auf. Flieger. Ich auch. Flieger nicht mehr. Kratz dich auf. Nein. Jetzt nicht mehr. Ich glaub man kann nicht Flint hiervon. Schön zu erschießen. Ah, ich auch. So, das war flöten. Ich stehe ich in Leichenteilen. Halt schon jemand? Nein. Ich hab gerade eigentlich tot. Aufgedrückt. Ja, ich weiß. Du warst doch zwischendurch dabei. Boomstick. Was ist ein Boomstick? Eine Schrotflinte. Eine gute. Ja, das andere wirst du mögen. Das kann doch heißen. Boomstick. Die hat 400 irgendwas Damage. Aber wahrscheinlich Einzelschuss. Boah, die hat einen, ey, einen extrem geilen Bonus. Welchen? Plus 634% Schaden. Ja, deswegen hat sie so viel Damage wahrscheinlich. Ja. Aber das ist wahrscheinlich ein Einzelschuss, ne? Ja. So eine wie ich einen Säure hab. Ich hab eine Waffenkiste hier oben gefunden. Ich probiere. Ah ne, das letzte Fragment. Okay, kann ich hier abgeben. Naja, okay. Säure. Es gibt kein 5. Schlüsselfragment. Wenn es gehört jetzt zu uns. Und wir sind im Besitz des kompletten Schlüssels. Sie hat immer recht, was sie wollte. Sie haben meine Anordnung missachtet. Aber ich mache ihnen einen Vorschlag. Verlassen wir den Planeten sofort. Und wir tun ihnen nichts. Jeder weitere Ungehorsam. Kommt sie und die Bürger dieses Planeten teuer zu stehen. Okay, komm wir gehen. Das war's mit Let's Play Together Borderlands. Genau. ... werden bald einen unerfreulichen Fund machen und eine bittere Lektion lernen. Oh nein. Nein, nein. Das war nicht vorgesehen. Bleib dran. Tja. Bleib dran. Bleib dran. Ich bin der Brichkommander Steel von der Atlas Corporation Trimson Lanz, Starbomb Brigade. Zur Vorbereitung anstehender Operationen der Lanz, habe ich die Abschaltung des Econetzwerks angeordnet. Wer versucht sich unsere Kontrolle zu entziehen, wird bei dem Tode bestraft. Stellen Sie mich nicht auf die Probe, sonst schließen wir auf das Handelsnetz. Dies ist die einzige Warnung. Tja. Ja, das klingt ja alles ganz toll. Da haben sie uns Schatzi abgeschaltet. Ja. Was ist eigentlich los? Ist Steel wahnsinnig? Die schalten das Ecosystem ab und jetzt kommen Berichte über Gefechte rund um Sanctuary rein. Da herrscht Krieg. Die Siedlung kriegt schwer was ab. Sie senden Hilferufe an jeden und alles. Aber wenn sie ECO abschalten, kann ich nicht... Tja. Tja. Ja, da kann ich auch nicht. Das war nicht geplant. Kannst du mich sehen? Ohne das ECK.. So, Jungs. Zu mir, oder wo seid ihr? Wir sind im Blindflug unterwegs. Unser Zeitfenster schließt sich. Die Kammer kann nur alle 200 Jahre geöffnet werden. Wenn das nicht bald geschieht sind, unsere Chancen dahin... dann gehen wir mal die kammer öffnen hoch 1000 tausend neue meldungen reine wir sind die wichtigsten personen der welt irgendwie scheint ja wir haben ja bisher alles getan um die kann man zu erreichen das ist schon schon logisch dass wir jetzt da auch einiges geboten kriegen dafür noch ach nö läuft im augenblick wir müssen hier raus jetzt mal wieder die sauge umstellen hopp oder Dann kriegen wir eigentlich die letzte Waffenart Weil wir haben immer noch eine Waffenart offen Das sollte ja dann auch so langsam Aber sicher passieren, oder? Eigentlich sollte das mal kommen, ja Das sind dann wahrscheinlich nicht Projektilwaffen Sondern irgendwelche Energiewaffen oder sowas Ja, ich glaube So Leute, wir müssen hier raus Ah, Uni-Automaten gefunden Und zwar schnell, wollte ich eigentlich gerade noch sagen Entschuldigung Schau mal, Soldat So Eben das Kaufen hier und dann schnell weg hier Alter, hinter uns auch noch Wo kommt das alles, ey? Das gehört auch nicht Alter, da kommen ja tausend Leute Ich kann doch leider überhaupt nicht retten da Okay, ich lieg auch am Boden So, liegt noch irgendwer? Äh, ich leb noch Nee, nicht leb, sondern liegt So So, wo kommen wir jetzt hier raus? Hier vorne, hier Ist am Tor vorbeigelaufen Ah, hier, okay Ah Perfekt Alter, heavy Wir haben nur das eine Karre, wa? Und ich fahre Und ich fahre Man fahrt hier schnell zu den Punkten Und äh Entweder kommen Ascandra und ich nach Oder ihr seid dann schon da Ja Ja, da steckt mal einer ein Ja, bin drin Kannst los Ascandra, ich hole uns nämlich ein Auto Ja, ich komme dir entgegen So, in die Richtung müssen wir Ist es hier nicht das Startgebiet, in dem wir am Anfang angekommen sind In das neue Gebiet Weiß es nicht Nach Firestone oder wie es hieß Ich weiß es wie gesagt nicht Kannst du nichts sagen Ich bin gerade viel zu sehr unter Adrenalin irgendwie Ich wollte gerade sagen, hängst du an den Felsen, war das? Nee, ich habe nur gerade auf der Karte geguckt Ach du, kacke Ach du, große, kacke Was auch immer ist, ist Es ist ein Raketenwerfer Ach du, scheiße Ach du, kacke Wir müssen hier irgendwo lang Da ist, da Ja, da oben, ne? Hier unten ist ein Tunnel Ach so, okay Das wird wahrscheinlich unsere letzte Station sein Das Zeug dazu infiltrieren Tipp ich mal Mal gucken Außenposten gefunden The Back Door Aha Hier, der Tür Irgendwer ist in seinem Menü Ich war im Menü, kurzzeitig Feuerschaden ist am wirksamsten gegen Gegner ohne Shield So Ah, Feuerschaden zieht immer So, okay Dann, äh, würde ich sagen Machen wir mal ganz kurz eine kleine Pause, oder? Ja, von mir aus So eine kurze pinke Pause Ich will auch mal gucken, wie viel Platz ich noch hab Also wir sehen uns gleich wieder, Leute, ne? Ja, bis, äh, gleich Bis im Kürze, tschüss Ciao guys Tschüss Ciao Ciao Ciao